Deutschlands erfolgreichstes Musical feiert Jubiläum, plötzlich stehen diese Stars auf der Bühne. Hamburg, am Montag hat das St. Pauli Musical heiße Ecke seinen 20. Geburtstag gefeiert. Zahlreiche Stars kamen zur 5205. Vorstellung und einige von ihnen tauchten plötzlich sogar auf der Bühne auf. Neben Notrufhafen kannte Star Matthias Schloh, 46, Sängerin Annette Luisan, 46, und Ex-Tagesschausprecherin Dagmar Berghof, 80, gehörten auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, 57, und Kultursenator Carsten Bruster, 48, zu den Gratulanten im Schmidt-Theater auf der Reeperbahn. Das ist wirklich etwas ganz Großartiges, was hier in den letzten 20 Jahren entstanden ist, sagte Bruster bei der Jubiläumsgala. Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde länger am Stück gespielt. Das ist längst ein Meilenstein der Hamburger Musicalgeschichte. Der Theaterbetreiber und Regisseur Coni Littmann, 70, ergänzte, heute ist die 5205. Vorstellung und damit ist die heiße Ecke das erfolgreichste deutsche Musical, das jemals aufgeführt wurde. Mit diesem Erfolg habe bei der Premiere 2003 noch niemand gerechnet, sagte er und verrät zudem, auf der Bühne sind insgesamt 15.615 Bierdosen und 31.230 Würstchen verkauft worden. Aber nicht nur das, außerdem seien 52.000 extra große Kondome verbraucht worden, in die jeweils die Mikrofonsender verpackt wurden, die die Darstellenden während der Vorstellungen unter der Kleidung trugen. Die folgende Vorstellung war dann gleich in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere, denn dabei stand nicht nur die gesamte aktuelle Kiste auf der Bühne, immer wieder wurde das Publikum auch von Stahlgästen überrascht. Am Ende stand aber vor allem die Schauspielerin Kathi Damero im Mittelpunkt, die am Montagabend nicht nur einen bezaubernden Auftritt hinlegte, sondern auch seit Stunde einstieg. Zum festen Bestandteil der heißen Eitel gehört.